Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video und in diesem Video soll es um den AdScon HDMI Matrix 4 zu 2 gehen, der praktisch vier Eingänge, zwei Ausgänge hat, aber jetzt kommt es. 4K, 60 FPS kann mit HDR, also 4 dividiert durch 4, dividiert durch 4, also alles komplett. Und der kostet unter 100 Euro. Ich habe bezahlt 89 Euro bei Amazon. Das ist der erste, den ich gefunden habe, der für einen erschwinglichen Preis zu haben ist. Alle anderen kosten immer so um die 299, 329. So, da war der Akku von der Kamera leer und wurde mir nicht angezeigt. So, wir haben halt, wie gesagt, den HDMI 4 zu 2 Matrix, dann haben wir einen Stromkabel mit bei, ein User Manual, leider nur in Englisch. Wir haben einen IR Sensor, wir haben auch einen eingebauten, kommen wir nachher noch dazu. An dem Stromkabel habe ich schon den deutschen Adapter dran und dann ist noch dieser hier mit bei, ich glaube, der ist für Großbritannien. USA hat glaube ich den Steg nicht. Dann haben wir eine Fernbedienung, um die einzelnen HDMI Ausgänge zu steuern. Dann war noch ein Kabelbinder mit bei, so ja mit Logo drauf. Dann haben wir zweimal Klett zum rankleben, damit wir, also jetzt auf der Rücksäte, damit wir dann hinterm Fernseher oder eine Schrankwand oder irgendwo hinten rankleben können. Wir können es aber auch mit so Dingern festschrauben, sieht man das? Die Schrauben waren nur nicht bei mir, die hier reinkommen. Ah ne, die sind auf der Rückseite, gut, ich habe mich vertan. Die sind auf der Rückseite, also die werden dann hier unten reingeschraubt und dann haben wir zwei so eine Platten, die kommen dann praktisch hier so ran und die stehen dann halt so über, dann kann man es an die Wand schrauben. So, wir haben auch hier Aussparungen, hier kommen die Füße runter, die sind hier dran, damit es dann halt auf Gumminüppeln steht. Also es ist für alles gesorgt. Und ich werde euch, wir werden nachher auch noch durchsprechen, für wen was ist. Wir werden jetzt erstmal das Gerät vorbereiten und ich werde euch zeigen, wie man es anschließt. Ich werde nachher auch noch ein Video machen und wenn wir es richtig anschließen, muss ich dann erstmal die Schrankwand noch vorbereiten und Kabel rausholen und so. Und warum und weshalb. So, wir haben hier auf der Rückseite auch eine Edit-Steuerung, da kommen wir auch gleich zu. Ich werde nur die Füße erstmal festkleben, um euch das zu zeigen. Die kleinen Räte, die ich euch gezeigt habe, die haben keine so eine Füße, nur das große. Und die haben wir dann jetzt runtergeklebt und die sind dann da. Dadurch haben wir Anti-Rutsch und sozusagen auch ein bisschen entkoppelt. So, das ist die Oberseite vom Gerät. Das ist die Vorderseite. Wir haben hier einen eingebauten ER-Sensor für die Fernbedienung. Die Fernbedienung hat einen Ausschaltknopf und Anschaltknopf. Ihr könnt alle vier HDMI separat für A und B wählen. Und ihr habt noch Pfeiltasten, wo ihr dann durchgehen könnt. Kommen wir nachher dazu. Wenn ihr das Gerät hinterm Schrank verstecken wollt oder unterm Schrank. Ja, manche sind ja was höher, da kann man es runterschieben oder so. Dann funktioniert der ER-Sensor ja nicht mehr. Dafür haben wir die Möglichkeit, wir haben hier einen zweiten ER-Sensor mit bei. Das ist der. Der wird mit einem Klinker angeschlossen. Jetzt zeige ich euch nachher, wo der angeschlossen wird. Wir haben hier zwei Knöpfe, wo wir die HDMI auch selber händisch durchwählen können. Wir haben die Edit-Steuerung und wir haben hier ein USB für Updates. Dann haben wir hier den Strom auf der Rückseite. Hier haben wir eine Klinke. Der ist für den ER-Sensor. Wir haben vier Eingänge. Eins, zwei, drei, vier und zwei Ausgänge. Wir haben hier, wie ihr seht, Pfeile drunter. Das heißt, was auf B rausgeht, geht auch auf den optischen. Raus, rüber in optisch. Kann man das erkennen? Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen erkennen. Auf der Runterseite haben wir dann noch einmal die Edit-Steuerung komplett erklärt, wie wir was machen müssen. Standard ist alles auf Off. Setup Guide. So, ich will haben Easy-Config via DIP-Switch. Setting-Position 1 und 2. Setting-Position 3 und 4. Also mit 1 und 2, wenn wir da 1 Off haben, ist der normale Modus. 1 On ist der Test-Modus. 2 ist der Pass-Through-Modus. Also wenn ihr auf 2 anmacht, das heißt, was reingeht, geht auch wieder raus Pass-Through. Wenn ihr das Pass-Through ausmacht, was auf 2 ist, dann ist HDMI Output 1 Downscaling vom 4K 2080p. Also würde ich Pass-Through drinnen lassen. Also 1 muss auf jeden Fall Off, also 2 muss Off sein. Also 1 Off für Normal-Mode. Wir wollen nicht den Test-Modus haben. 2 muss Off sein, weil wir wollen ja Pass-Through haben. Und nicht, dass HDMI Out 1 down gescaled wird auf 1080p. Wir wollen ja auf beiden das gleiche haben. Also muss A und B aus sein. Also 1 und 2 aus. Edit-Setting für Position 3 und 4. Learning Edit von HDMI Out 2. Das heißt, so was auf Output 2 rausgeht, das ist B. Also wir haben jetzt hier, B ist der Haupt-Output. A ist der Neben-Output. Warum gerade so, verstehe ich auch nicht. Ich hätte es eher umgedreht gemacht, aber okay. Also das, was hier rausgeht, lernt ihr praktisch, was hier auf A auch raussehen soll. Also der setzt die Edit-Steuerung dann so halt um. Das ist Lernform Edit Output 2. Also da müsste 3 und 4 auch aus sein. So werde ich das auch lassen. Ich möchte, dass er davon lernt. Dass dann praktisch das, was reingeht, auch rausgeht und nicht irgendwas selber einstellen. Wenn wir 3 und 4, also 3 aus 4 an machen, dann haben wir 1080p, 60fps, 2CH, 3D, HDR. Wenn wir 3 aus 4 an haben, haben wir 4K, 60fps, 4 dividiert durch 2, dividiert durch 0, 5.1, Cinch, also CH, keine Ahnung, 3D, HDR. Und wenn wir 3 und 4 an machen, haben wir 4K, 60fps, 4 dividiert durch 4, 5.1, CH, 3D und HDR. Also wir werden das testen. Also ich werde alle auslassen. Und dann werde ich mal testen mit Setting 3 und 4, dass wir das ausschalten, äh anschalten. Und dann mal gucken. Also wir haben auch, ich habe doch noch was vergessen. Hier war doch auch noch... War bei dem nicht hier noch... Ne, bei dem war es nicht. Hatten wir hier nicht noch so ein... So ein Ding mit bei wie vom Handy? Oder habe ich mich da geirrt? Bei dem einen von dem kleinen mit bei. Mir war so, als wenn da... Ne, der ist bei dem kleinen mit bei. Bei dem 1 zu 2. Gut, mein Fehler. Wie gesagt, wir haben auch hier nochmal eine komplette Anleitung. Hier steht auch nochmal alles drin. Aber leider halt in Englisch. Aber auch hier haben wir die komplette Edit-Steuerung. Ähm, wir können den Micro-USB auch an den PC machen. COM6... Kannst du ein bisschen was einstellen. Open. Bitrate 8. Dann kannst du irgendwie... Kannst du in den Settings... Also da würde ich jetzt ehrlich gesagt ganz ungern rangehen wollen. Ich mache das alles über die normale Edit-Steuerung. API-Compaint via USB-Port. List vom API-Commands. Ähm... 4K 60fps. 4Y 4 4 4 4. 3D. 8CH. HDR kann es auch. Kann wirklich... Also das kann man dann aber noch zusätzlich in der Software einstellen. Und hier haben wir dann zum Beispiel... Na, kann ich euch auch mal kurz zeigen. Wenn wir... 1 aus. 2 an. Und... 3 und 4 auch aus haben. Also wenn... Alles aus ist, dann gibt da halt 4K an alle weiter. Das ist das obere Bild. Und beim unteren Bild... Da seht ihr das... B... Ne... A... Auf 1080p... Runterskaliert wird. Ich werde euch mal gucken, damit ihr das vernünftig sehen könnt. Hier ist so ein Beispielbild. Also hier... Ich habe bei beiden 4K... Und dann ist halt die Erklärung. Und hier, wenn du da... 1 ausmachst... Äh... 2 war das glaube ich... Dann hast du halt hier... Wo ist er? Da... 1 4K 1 1080p. So, wir werden den auch gleich mal anschließen. Oh Gott. Also... Weil da fragen ja auch immer viele nach... Warum und weshalb. Wann hast du den hier gesehen? Entschuldigung, ich muss einen Schluck trinken. Am total trockenen Hals. So... Also... Ich drehe euch den mal kurz um. Wir haben hier 4 Eingänge. Und hier sind die 2 Ausgänge. Das erste... Was ich euch sagen muss ist... Achtet auf hochwertige Kabel. Der kann 4K 60fps. Mit HDR. Dann muss der Kabel das auch können. Das sind jetzt von Kabel direkt... Die normalen, die 4K 60fps können und HDR. Sehr gute. Ich habe auch noch welche, die komplett schwarz sind. Die habe ich aber jetzt nicht mehr so als einzelnen. Sondern alle verbaut. Die können so ja 8K. Die sind schon HDMI 2.1 Standard. Der kann hier halt wie gesagt... HDMI 2.0. HDR. Audio kann er auch nochmal rausholen. Skaliert 4K auf 1080p. Achso... Da habe ich euch ja gezeigt, dass ihr da nicht Audio dann abgreifen könnt. So... Und es gibt ganz viele Kabel. Ich habe hier mal ein paar vorbereitet. Es gibt halt... So eine... Die halt auch so eine Ecke haben und so. Dieses Leaf da. Also... Ihr seid da nicht gefeiert. Also es gibt ganz viele Kabel. Oder ganz normale Kabel. Die sind... Habe ich jetzt auch... Der ist Silber. Der ist Silber. Der ist hier Gold. Ja. Ähm... Passt da auf. Weil wenn... Das was reingeht. Über ein Scheißkabel reingeht. Kann auch nur Scheiße rausgehen. Auf wie der Deutsche sagt. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Es bringt euch nichts den schlechten Kabel zu nutzen. Nur schlechte Qualität halt. So... Wir machen... Ich mache mal hier schnell die auf. Ich mache die mal auch in verschiedene Ports hier. Weil die gleich aussehen. So... Machen wir mal ein... Also ihr schließt die ganz normal an. So wie ihr halt auch kennt. Einen da ran. Den anderen... Schwarz-Weißen... Mache ich hier ran. So... Dann... Dann... Haben wir hier noch einen normalen... HDMI. Den machen wir da ran. Und... Hier ist nochmal ein normaler HDMI. Ich nehme jetzt einfach mal die normalen... Ähm... Oder... Wir können die aus dem Winkel mal nehmen. Wenn ihr den aus dem Winkel habt. Könnt ihr da so einen Winkel ran klatschen. Zack. Jetzt habt ihr alle vier Quellen belegt. Ich zoome mal ran nochmal. Für euch. So... Ihr habt jetzt alle vier Quellen... Belegt. Ihr habt vier Eingänge. Jetzt brauchen wir natürlich noch vier Ausgänge. Dafür nehme ich die guten Kabel-Direktkabel. Wie gesagt, ich habe... Außer im Schlafzimmer habe ich jetzt überall Kabel direkt verbaut. Qualität erste Sahne. So... Und dann haben wir auch die beiden Ausgänge... Versorgt. Da könnt ihr jetzt einen... zum... Beamer machen... Und einen zum... Fernseher... Oder einen zum Monitor... Oder PC... Wenn ihr aufnehmt... So wie ich... Geht einer dahin... Und der andere geht... Zum Fernseher. So... Wo ihr aufpassen müsst... Ist halt mit A und B. Das was auf B... Raus geht... Also da würde ich eure Hauptquelle... Die ihr... Eigentlich so gut wie immer nutzt... Was da raus geht... Geht auch auf den optischen... Ja... Also wenn ihr da jetzt zum Beispiel den Beamer dran habt... Dann... Oder was weiß ich... Was da raus geht... Geht dann auch auf Ton... Der Ton wird auch ganz einfach angeschlossen... Das ist ein ganz normaler Toss-Link... Ich habe auch von Kabel direkt einen... Aber den habe ich nicht mehr hier... Der ist verbaut... Den schließt er dann hier an... So... Und dann geht... Könnt ihr den praktisch in euer Headset machen... Ihr könnt auch machen praktisch... B geht dann zum Fernseher... Oder zum PC... Das was ihr am meisten nutzt... A geht dann halt an eine andere Quelle... Und hier geht er dann in die Dolby-Anlage... Oder in... Was weiß ich... In ein Headset rein... Und so sind alle Kabel belegt... Aber es kann halt wirklich nur das... Über die guten Kabel raus kommen... Was über gute Kabel auch reingeht... Wenn ihr hier zum Beispiel HDMI 2... Anstatt 2.0... HDMI 1.4... 1.2... Oder whatever... Für eine HDMI-Kabel nehmt... Wenn das Gerät... Was daran angeschlossen wird... Zum Beispiel die Switch nur 1080p kann... Mag es gehen... Wenn ihr aber dann eine Playstation... Vielleicht anschließt... Die 4K kann... Und HDR kann... Und der Kabel scheiße ist... Und hier kein... In einem Gerät... Schon gar kein 4K HDR-Signal ankommt... Dann kann auch kein 4K HDR-Signal rausgehen... Das ist logisch... Also passt da bitte auf... Was für Kabel ihr nehmt... Es gibt ganz viele sehr sehr gute... Aussehende Kabel... Die aber wirklich nur gut aussehen... Und nicht gut sind... Wer auf Optik... Achten will... Es gibt auch von Kabel... Direkt Kabel... Also die sind jetzt nur... Die normale Gummiausführung... Aber selbst von Kabel direkt... Gibt es Kabel... Die halt die Sleeved sind... Und... Schön aussehen... Also wenn ihr darauf achtet... Ich gehe eher nach der Effizienz... Passt da ein bisschen auf... Genau wie mit den Geräten... Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt... Es gibt ganz viele Geräte... Ob es jetzt so ein Matrix ist... Ob es ein 1 zu 2 ist... Oder 1 zu 1 mit Audio abgreifen... Ganz viele stehen bei Amazon... Hier seht ihr das Ohr nochmal... Was da unten steht... Stehen drum... Die können 4K... Die können HDR... Können sie auch... Aber nur mit 30 FPS... Das heißt... Bei der Playstation 4 Pro zum Beispiel... Es geht 4K 60 FPS rein... Weil der Gerät das aber nicht wirklich verkraften kann... Sagt die Playstation... Oh... Ich erkenne... Das Ding kann nicht so viel... Und regelt die... FPS Zahl runter... Auf 30... Und dann geht natürlich auch nur 4K 60... 30 FPS raus... Ist von... Nachteil... Sehr vom Nachteil... Wenn ihr ein gutes Bild haben wollt... So... Bei dem haben wir halt jetzt noch die Möglichkeit... Das wir halt... Verschiedene Möglichkeiten haben... Das Ding anzubauen... Ich werde das jetzt alles erstmal nochmal wegpacken... Dass ich das nachher vernünftig... Anbauen kann... Da werde ich dann auch nochmal ein Video machen... Ich werde dann gleich mehrere Sachen anschließen... Ich werde euch auch gleich nochmal die Fernbedienung zeigen... Ja... Ich freue mich schon... Weil dann kann ich auch die Switch eigentlich richtig anschließen... Weil die kommen dann die Kabel hinten nicht mehr so richtig ran... Hinter das Schrankwand... Jetzt... Halt ein Grund das mal wieder rauszukraben... Und dann kann ich gleich die Switch mit anschließen... Das heißt... Wir könnten auch mal die Switch... Spiel... Streamen... So... Die Fernbedienung... Nehmen wir mal hier raus... Die ist ganz einfach erklärt... Die hat halt zwei Felder... Oben und unten... Eins ist A... Eins ist B... Wir haben hier oben einen Anschaltknopf... Wir haben bei jedem Feld... HDMI 1 bis 4... Das heißt... Wir können die HDMI... Den Ausgang auswählen... Was darauf kommen soll... Und wir haben dann nochmal die... Pfeiltasten... Wo wir dann halt... Separate wählen können... Das heißt... Ihr könnt zum Beispiel... Wenn die Frau mit dem Kind... Am Fernseher die Switch spielen will... Drückt da 1... Weil da die Switch dran ist... Kommt natürlich darauf an... Wie ihr das belegt... Bei mir wird es dann die 1 sein... Die PS4 wird auch 4 sein... Logischerweise... Und ich möchte dann praktisch... Meine Tochter möchte Switch spielen... Mache ich 1... Kann sie am Fernseher Switch spielen... Ich möchte... PS4 Spiel aufnehmen... Oder mit... Mit Rudi... Die Größe gehen raus... Ansonsten Rudi und Soulflyer... Ein bisschen... Fortnite spielen... Dann drücke ich 4... Dann habe ich das Bild am Monitor... Dann könnte ich halt... Am Monitor mit Rudi... Und Soulflyer... Fortnite spielen... So einfach ist das... Ganz easy... An sich... Ihr macht... Aber wie gesagt... Ich habe... Ewigkeiten... Nach einem... Gerät... Gesucht... Was das kann... Was ich euch jetzt hier... Alles gesagt habe... Und keine... 2... 300 Euro kostet... Weil ich habe von diesen... HDMI... Matrix... Einige gefunden... Einige... Das Problem war da... Tja... Die waren alle über... 100 Euro... Weit, weit über 100... Also 200... 200... 300... Und so... Das ist dann halt... Natürlich sehr kontraproduktiv... Weil... Ich habe eine Frau... Und wenn ich dir sage... Hier... Ich habe für 300 Euro... einen kleinen Kasten gekauft... Der... Den HDMI... Verteilt... Dann sagt sie... Steh auf... Und... Steck es immer um... Mehr würde ich auch nicht sagen... Aus... Ja... Außer meckern... So... Müssen wir mal gucken... Dass ich das hier... Schon wieder trocknen... Heiz... So... Halbwegs vernünftig verpacken... Dass nichts passieren kann... Wir wollen hier nachher... Das Anschlussvideo machen... Mit... Zwei von den drei Geräten... So... Hoppala... So... Ich hoffe... Ich konnte euch jetzt ein bisschen helfen... Und... Falls ihr halt noch Fragen habt... Ich muss jetzt hier noch nebenbei... Und schnell die HDMI-Kabel wieder wegräumen... Falls ihr noch Fragen habt... Könnt dann... Könnt ihr mir die gerne stellen... Äh... In der Videobeschreibung... Äh... Mit den Kommentaren... Ich werde so schnell wie möglich... Darauf antworten... Über ein Däumchen... Wäre ich mich natürlich sehr freuen... Ich bin dann mal weg... Wir sehen uns beim nächsten Mal... Bis dahin... Ahoi... Sagt euer Odin... Wir sehen uns beim nächsten Mal... ...